Hallo liebe Sammler, das ist nun meine neue Puppe Jasmin. Die ist ungefähr einen Meter groß, hat einen ganzen Körper aus Vinyl mit elf Gelenken. Diese hier hat rotblonde Haare und braune Augen. Und man kann sie auch bekommen mit blonden Haaren und blauen Augen und ganz dunkelbraunen Haaren und dann auch mit blauen Augen. Sie hat hier eine wunderschöne Verzierung, hier an der Seite, mit Federn. Und dann trägt sie ein traumhaft schönes Kleid in grün, wie im Wasser, Wasser, Seegrün. Und das, vorne ist es gestickt hier, gestickt ist es, mit Perlen verziert und kleinen Steinchen. Und sie trägt Armbänder, schau. Und dann hat sie auch noch ganz wunderschöne silberfarbene Schuhe, auch mit kleinen Perlchen da drauf. Sie sieht so schön aus. Tschüss! Und das, gerade geht's.